Nee, nee, ich will kein Cheatmeal essen, ich will in der Diät. Ja, okay, gut, einmal geht, stimmt schon. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Und heute soll es um das Thema Cheatmeal gehen und wie ich es schaffe, dass ich davon so wenig wie möglich negative Auswirkungen in kurzer Zeit habe. Denn ein Cheatmeal ist meistens so, wenn ihr es esst, dass ihr davon sehr viel Wasser zieht, euch meistens am nächsten Tag scheiße fühlt, die Verdauung kann auch beeinträchtigt werden. Und eventuell habt ihr gar nicht den erhofften Effekt, dass ihr da irgendwie mehr Power von habt oder sowas. Und in diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr es schafft, durch ein Cheatmeal trotzdem kaum negative Effekte zu haben. Viel Spaß mit dem Video. McDonalds hat neue Gutscheine, habt ihr das schon gesehen? Also wenn das Video hier rauskommt, dann sind die auf jeden Fall noch gültig. Wahnsinn. Geil. Und zwar, egal was ihr euch gönnen wollt, soll es eine Pizza sein, soll es eine Riesenladung Sushi sein, soll es McDonalds sein, soll es vielleicht was Selbstgemachtes sein, eine fette Lasagne oder irgendwas, worauf ihr halt einfach Bock habt. Jeder mag was anderes und das ist auch gut so. Bevor ihr euch aber damit alles ruiniert und sämtliche Sachen falsch macht, die eigentlich jeder irgendwo falsch macht, wenn er sich ein Cheatmeal mal gönnt, dafür habe ich dieses Video jetzt hier gemacht. Denn jeder von euch kennt es. Ich meine, wir essen alle gerne Reis, wir essen auch alle gerne sauber und fettarm und auch immer alles richtig getimt, genug Gemüse und so weiter. Denn wir lieben den Lebensstil, wir sind Bodybuilder und wir wollen auch alles richtig machen. Und trotzdem sind wir irgendwo auch Menschen und manchmal kann ein Cheatmeal ja auch sinnvoll sein für A, die Psyche und B, den Stoffwechsel und wie das eben richtig funktioniert. Das ist immer noch ein Riesenmythos, wie ich feststellen muss. Es gibt so viele Leute, die da tatsächlich um diese Cheatdays, Cheatmeals und so weiter einen Riesen-Zinnober machen und tatsächlich dann am Ende irgendwie alles verkacken. Man muss nämlich erstmal verstehen, dass wenn man Wasser zieht, was hauptsächlich durch ein Cheatmeal passiert, Ihr werdet nicht von einem Cheatmeal fett werden, relativ egal wie groß das Ganze ist. Natürlich gilt es immer noch Kalorienaufnahme. Sorgt dafür, dass ihr fett werdet, wenn es im überkalorischen Bereich ist, selbstverständlich. Aber ich habe hier ganz bewusst den Begriff Kalorienaufnahme gewählt und nicht Nahrungsaufnahme. Denn Kalorienaufnahme ist nicht gleich Nahrungsaufnahme. Ein Beispiel, ich esse jetzt ungefähr 1,5 Kilogramm Haferflocken. Natürlich ist das ziemlich eklig und die wenigsten von euch werden das auch am Stück essen können. Mich würde es wahrscheinlich schaffen. Kommt auch an, welches Flavor drin ist an dieser Stelle. Schaut euch das neue Flavor-Pulver auf. Bigso und die Ehren mit meinem Rabattcode Jan 10 könnt ihr natürlich auch Flavor sparen, wenn ihr solche Riesenmengen Haferflocken mal essen wollt. Spaß beiseite, aber trotzdem ist das Geschmackspulver ziemlich geil. Wenn ihr jetzt 1,5 Kilo Haferflocken esst, dann ist das ein Lebensmittel, was grundsätzlich sehr viele Ballaststoffe enthält, was auch relativ langsam verdaulich ist und was natürlich dafür sorgt, dass euer Magen-Darm-Trakt extrem arbeiten muss. Gerade wenn die vielleicht noch nicht so hundertprozentig gequollen sind und man zimmert sich die rein. Viele von euch werden das kennen, das liegt wie ein Stein im Magen, deswegen nimmt man das ja Pre-Workout normalerweise auch nicht, sondern eher dann was leicht verdaulicheres wie Reis oder Reismehl zum Beispiel. Diese Haferflocken machen halt sehr lange satt, das ist gerade ein Rest-Day, ein sinnvolles Frühstück beispielsweise, um halt einfach lange satt zu sein und gut über den Tag zu kommen, wenn man in der Diät ist. Aber diese Riesenmenge an Haferflocken wird mit Sicherheit vom Körper in Form von Durchfall wieder rausgeschmissen werden. Das heißt, ihr könnt nicht 100% dieser Kalorien, die ihr da zu euch nehmt, auch gleichzeitig als aufgenommene Kalorien rechnen. Allerdings ist das hier eine Milchmädchenrechnung, denn ich weiß ja nicht, wie viel davon aufgenommen wird. Und es gilt bei uns immer im Bodybuilding-Sport, was nicht messbar ist, ist schwierig zu kalkulieren, außer man kennt seinen Körper wirklich aus dem FF. Ich selber von mir behaupte, dass ich das mittlerweile kann, aber das hat jetzt auch über 13 Jahre Bodybuilding gedauert, bis ich das kann und hat auch sehr, sehr viele dumme Experimente und sehr, sehr viel Zeit gekostet, sich damit zu beschäftigen. Da ich aber nichts anderes als das mache, keine Hobbys, kein Leben und auch keine Freunde habe, bin ich eigentlich auch immer in der Lage gewesen, dass ich mich damit so viel beschäftigen konnte und dementsprechend jetzt natürlich relativ viel in diesem Bereich weiß, weil ich es schon ausprobiert habe. Aber ich kann euch sagen, nichts ist komplett gleich bei mir, bei euch, bei keinem von uns. Das heißt, ihr seid nicht vergleichbar und nur weil etwas bei mir funktioniert, heißt es nicht, dass es bei euch funktioniert. Versucht die Sachen nicht von anderen zu kopieren oder von euch zu beziehen oder auch wenn ihr Sachen in meiner Instagram-Story seht, ist das vielleicht gar nicht immer das Schlauste, weil ich mache auch nicht immer nur das Schlauste. Ich mache viele Dinge, die schlau sind, aber nicht immer das, was auch 100%ig auf jeden von euch übertragbar ist. So gesehen, um nochmal zu dem Haferflocken-Beispiel zurückzukommen, ihr seid das, was ihr verdaut, nicht das, was ihr esst. Das ist ein riesen Unterschied, den man einmal verstehen muss. Kommen wir zurück zum Cheap Meal. Wir haben jetzt von unserem Coach eine Freifahrtschein, eine Freifahrtserklärung bekommen, dass wir einmal was essen dürfen. Geburtstag, Weihnachten, keine Ahnung, Jahrestag mit der Freundin zum Beispiel. Wir dürfen jetzt eine Cheap-Mahlzeit unserer Wahl essen. Geil. Dafür lassen wir einfach eine Mahlzeit aus dem Plan weg. Das ist mit dem Coach abgesprochen. Wir haben ein bisschen mehr Cardio gemacht. Das Ganze kompensiert. So mache ich es mit meinen Athleten oft bei solchen Events, wenn sie in der Off-Season sind, weil so what. Funktioniert in der Regel immer einfach mal den Tag vorher und den Tag danach eine halbe Stunde mehr Cardio. Und dann schafft man das eigentlich auch zu kompensieren. Ist gut für den Kopf. Man schwitzt ein bisschen was aus und es läuft. Allerdings, wie ich schon gesagt habe, werdet ihr von diesem anderen Essen definitiv Wasser ziehen. Ein Athlet, der jetzt die ganze Zeit 98 Kilo wiegt, 97,9, 98,2, 98,0, 97,9 und so auf seinen Maintenance-Kalorien halt die ganze Zeit fährt, hat einen sauberen Ernährungsplan, der wiegt auf einmal 101. So. Wie konnte das jetzt passieren, dass er einfach drei Kilo zugenommen hat an einem Tag? Das ist ja kein Fett. Das ist tatsächlich Wasser, was er gezogen hat durch ein anderes Nahrungsmittelangebot, was seinem Körper Stress gemacht hat. Um das Ganze jetzt zu vermeiden, ihr kennt damals von mir noch das Salz-Video. Wenn ihr es nicht kennt, scrollt mal bitte in meinem Feed runter und guckt euch das Video Salz an. Extrem wichtig. Man muss erstmal verstehen, ein regelmäßiger und moderat bis hoher Salz-Intake, so hoch, dass das natürlich noch gesund ist, auch im Video erkläre ich, dass auch zu viel sehr schädlich sein kann, aber eine richtige und ausbalancierte Salzmenge über den kompletten Tag, auch zu den Süßspeisen, zu euch genommen, sorgt dafür, dass der Körper genutzt wird, generell mit Natrium lernt, besser umzugehen. Denn jedes Cheatmeal, was ihr esst, enthält eine riesige Menge Natrium, da könnt ihr von ausgehen. Wenn es natürlich ein Cheatmeal ist, was ihr selber zubereitet und ihr macht da kein Salz rein, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass da auch verarbeitete Speisen dabei sind, wie zum Beispiel Nudeln, Brot etc., dann habt ihr natürlich trotzdem eine riesen Salzmenge und wer isst schon alles ungewürzt, wenn er sich ein Cheatmeal machen darf, also fälliger Blödsinn. Grundsätzlich auch zum Beispiel Tiefkühlpizzen, egal was ihr kauft, Käse, alles hat sehr viel Salz und das sorgt letztlich dafür, dass natürlich die Wasserspeicherung im Körper deutlich höher ist, als wenn ihr euren normalen Plan isst. Das heißt, wenn ihr jetzt natürlich normal immer 10 Gramm Salz isst und ihr isst an dem Tag einfach 22 Gramm Salz, weil ihr halt einfach in dem Cheatmeal 12 Gramm Salz drin habt, was ihr vielleicht gar nicht wisst, auswärts zum Restaurant oder wo auch immer, Sojasoße beispielsweise, ultra hoher Salzgehalt, Sushi, zack, rein und gib ihnen, der Salz ist noch gesalzen, äh, der Reis ist noch gesalzen. So, das wird alles relativ viel und dann haben wir auch schon ein Problem, dass das dann wirklich eine sehr, sehr hohe Menge ist auf einmal. Somit habe ich also ein Ungleichgewicht vom Salz und das sorgt erstmal dafür, dass mein Körper anfängt Wasser zu speichern. Sollte er dann auch noch gewöhnt sein, zum Beispiel Sachen wie Magerquark zu bekommen, die von den Kalorien her nicht besonders hoch sind, hauptsächlich Eiweiß enthalten und praktisch gar kein Salz, dann, äh, und dass eine Mahlzeit von euch ist, wo ihr kein Salz dazu nehmt, dann ist der Körper meistens schon angehalten, dass er weiß, okay, ja, ich kriege nicht so viel Salz, passt schon, dann kriegt er auf einmal ganz viel Salz und dann speichert er natürlich, vollkommen klar, auch Blut-Natrium-Level gehen in diesem Fall einfach hoch beim Cheatmeal, dadurch habt ihr wahrscheinlich noch den Tag nach dem Cheatmeal und den Tag danach auch noch extrem erhöhte Gewichte. Ich beobachte das bei ganz vielen auch immer, die keine regelmäßige Salzzufuhr haben, dass ihr praktisch ein Cheatmeal habt, am Tag danach seid ihr schwerer, am Tag danach, obwohl ihr euren Klinenplan wieder gegessen habt, seid ihr noch schwerer und erst dann pendelt sich das Gewicht wieder ein. Das ist natürlich extrem frustrierend, wenn man sagt, okay, ich habe ein Cheatmeal gehabt, nächsten Tag habe ich wieder Klinen gegessen und trotzdem habe ich nochmal zugenommen am dritten Tag. Woran liegt das? Das liegt tatsächlich daran, dass der Körper völlig outgeengelt ist, ihr habt ein Aldosteron-Problem, guckt euch wie gesagt gerne das Salzvideo an und der Körper kann damit einfach nicht umgehen. Deswegen ganz wichtig, regelmäßige Salzzufuhr auf euch angepasst in einer bestimmten, relativ großen Höhe über einen Zeitraum, der auch mal länger ist als eine Woche, dann habt ihr das Problem, dass ihr von einem Cheatmeal oder eben nicht das Problem, dass ihr von einem Cheatmeal so viel Wasser zieht. Wichtig natürlich trotzdem differenziert betrachten, weil ich rede hier immer wieder von Athleten, die zu mir kommen und zum Beispiel als Männer mit 100 Kilo 4 Gramm Salz am Tag essen, weil alles unverarbeitet gegessen wird, der Reis wird nicht gesalzen, es gibt nur Kräuter oder Paprikagewürz als aufs Fleisch und dann isst man vielleicht noch zwei, drei Eier am Tag und die haben dann noch ein bisschen Salz drin und das alles weitere nicht, weil es alles unverarbeitet ist. So, von solchen Leuten rede ich, die kriegen Probleme mit Cheatmeal. Leute, die einen regelmäßigen Salzintake haben und ich rede hier von einem hohen Salzintake, rede ich von einem Salzintake, der immer noch niedriger ist als der Otto Normalverbraucher, der sich halt einfach von Schrott ernährt, ist in unserem Bereich sozusagen anders anzusehen als ein medizinisch gesehen hoher Salzintake. So, wenn ich das jetzt habe, also erstmal eine geregelte, konstante Salzzufuhr, in jeder Mahlzeit eine bestimmte Menge an Salz, die auch konstant gehalten bleibt, dann habe ich schon mal eine gute Basis, wenig Wasser zu ziehen. Was kann ich denn noch rund um ein Cheatmeal machen? Ich kann mich um eine Verdauung kümmern. Zweiter Punkt, ganz wichtig, erster Punkt Salz, zweiter Punkt Verdauung. Ich brauche definitiv, definitiv Enzyme. Ich muss Verdauungsenzyme zuführen, wenn ich ein Cheatmeal esse. Ihr könnt euch das so vorstellen, ich esse jetzt, mache eine Oldschool Diet und esse nur Reishähnchen und Brokkoli. 14 Wochen lang. Der Körper kriegt danach, ich esse danach halt einfach mal ein Rindersteak. Ich werde die Verdauungsprobleme meines Lebens haben. Warum? Weil der Körper die Enzyme einfach nicht mehr herstellt dafür. Er hat nur Hähnchen bekommen als Eiweißquelle. Warum soll er die Enzyme herstellen, um Rindfleisch vernünftig aufspalten zu können? Grundsätzlich sind alles nur Aminosäure-Strukturen, das ist mir vollkommen bewusst. Und die Proteinspalten in Enzyme sozusagen, die sind natürlich trotzdem vorhanden, weil es ja ein vollständiges Aminosäure-Profil im Hähnchen ist. Aber die Praxis zeigt halt einfach, dass ein anderes Lebensmittel eine andere Zusammensetzung und Art von Enzymen einfach braucht. Ihr könnt jetzt mit Papain, Bromelain und sowas alles so pro-enzymatisch einfach arbeiten und euch ein gutes Verdauungsenzym kaufen. Das von Bigzone, was wir haben, ist meiner Meinung nach das beste Verdauungsenzym, was auf dem Markt ist. Funktioniert einfach am besten. Und ich habe halt auch schon viele durchgetestet und das ist halt einfach das, auf dem ich hängen geblieben bin. Zu einem Cheatmeal zwei Kapseln zu benutzen, ist definitiv Pflicht, eventuell sogar drei, je nachdem wie viel Kalorien ihr esst, um einfach eurem Körper was wiederzugeben und eine bessere Verdauung zu gewährleisten. Punkt zwei zur Verdauung. Gegen Blähungen. Ein Blähbauch ist sehr unangenehm nach einem Cheatmeal und sorgt meistens dafür, dass ihr am nächsten Tag auch Probleme, Schmerzen habt und euer Look sich verschlechtert. Das heißt, gegen Blähungen bekommt ihr jetzt hier den Master-Tipp, Lefax. Ihr kennt es aus meinen Instagram-Stories. Lefax Kautabletten. Ihr braucht nicht das Intense, nicht die Gelkapseln, sondern einfach nur die normalen Kautabletten. Die sind sehr günstig. Das sind so kleine weiße Dinge. Einen Blister kann man rausdrücken, immer in Zweier zum Rausbrechen. Ein bis zwei Kapseln zu der Mahlzeit kauen, beziehungsweise während der Mahlzeit kauen, also ein paar bisschen essen, kauen, weiter essen. Das bringt euch enorm viel gegen Blähungen, sorgt dafür, dass auch die Speisen gut durch den Darm durchgehen, ihr keine Verstopfung davon bekommt, etc. Das ist wirklich der zweite Trick. Ist aber auch kein so krasses Laxanz wie zum Beispiel Durcolax, was dafür sorgt, dass ihr Durchfall kriegt. Das würde ich nämlich nicht empfehlen, weil ihr solltet euren Darm nicht ficken und ihr solltet auch euren Endausgang, sage ich mal, hinten nicht kaputt machen, weil sowas kann zu Hämorrhoiden führen und natürlich auch zu schlimmeren Erkrankungen, die im Nachgang noch kommen. Deswegen keine extremen Laxanzien, aber Lefax ist vollkommen okay. Solltet ihr jetzt nach der Cheat-Mahlzeit noch Probleme haben, benutzt Iberogast. Iberogast ist ein Pflanzenextrakt, schmeckt ein bisschen wie Jägermeister, nicht so geil auf jeden Fall. 15 bis 20 bis 25 Tropfen, wieder je nach Geschlecht oder Menge des Cheat-Meals, mal mehr, mal weniger. Nach der Mahlzeit zum Verdauern hilft extrem gut, sind Kräuterextrakte. An dieser Stelle definitiv auch sinnvoll einzusetzen. Also diese drei Verdauungsprodukte, Enzyme allen voran, um die Mahlzeit vernünftig aufzunehmen. Lefax gegen die Blähungen und damit alles gut durch den Darm geht und durch den vollen Bauch sozusagen, dass ihr dem ein bisschen entgegenwirkt. Am Ende noch Iberogast, diese drei Sachen zur Verdauung. Jetzt haben wir erstmal schon dem Wasserziehen entgegengewirkt, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Da gibt es nämlich noch einen zweiten Trick. Dann haben wir der Verdauung schon mal was Gutes getan, dass das, wenn ihr da was esst, was völlig aus der Regel ist von eurem Plan und ganz andere Inhaltsstoffe hat, Käse werden die wenigsten von euch im Plan haben, hoffe ich. Und Käse ist auf vielen Cheat-Meals drauf. Also das kann schon mal euch die Beine brechen. Deswegen, Verdauung, drauf achten, ganz wichtig. Nächster, ganz wichtiger Punkt bei einem Cheat-Meal, was mache ich, und da kommen wir jetzt wieder aufs Wasser ziehen, nochmal zurück, was mache ich mit meinem Trinken dazu? Der Tipp, den ihr jetzt von mir bekommt, der ist sehr ungesund und der sollte nur von Wettkampfsportlern eingesetzt werden, beziehungsweise von Leuten, die wirklich ernsthaft Bodybuilding betreiben und ihren Körper kennen. Haut direkt vor eurem Cheat-Meal einen Trinkstopp rein. Wettkampfathleten haben das früher oftmals so gemacht, im Oldschool-Bereich, es wird getrunken bis zu einem bestimmten Punkt und ab dem Punkt, wo nicht mehr getrunken wird, kann man richtig laden. Da wurde dann meistens aber noch nass geladen mit Reis und so weiter. Man lässt ja heutzutage die Flüssigkeit im System, was auch sehr sinnvoll ist, gerade bei Bühnenathleten, man kriegt nicht diesen vollen Bühnenlook, wenn man halt einfach keine Flüssigkeit im System hat. Also nur trocken zu laden bringt nichts. Man muss zu den richtigen Zeiten die richtige Trinkmenge machen. Das kann man allerdings auch fein steuern und es kommt auch sehr stark auf die Ladeprotokolle darauf an. Das soll aber nicht unser Thema sein. Es geht ja hier um ein Cheat-Meal, was ihr nicht trinkt, könnt ihr nicht ziehen. Wenn ihr den Tag über sehr viel getrunken habt und dann um 17 Uhr einen Trinkstopp macht, um 18 Uhr geht ihr zu McDonalds und danach nichts mehr trinken. Ihr werdet den Durst eures Lebens haben, weil das Ganze extrem salzig ist, weil euer Körper verlangt dann Wasser zu ziehen. Wenn ihr dem wieder stehen könnt und einfach pennen geht, dann steht ihr nächsten Morgen zwar mit einem Pappmaul auf, ist sogar in der Nacht unangenehm, aber man darf dem nicht erliegen. Man darf dann noch nicht trinken. Erst morgens, wenn man wach wird, direkt Tee machen, Brennnesseltee, sehr wichtig, Verdauungstee, sehr wichtig, gegebenenfalls Birkenblättertee, auch nicht schlecht, kann man alles zusammen machen, mehrere Teebeutel, einen großen Shaker hängen, 700 Milliliter Flüssigkeit, direkt rein, ab aufs Cardio-Fahrrad. Gegebenenfalls noch eine Stimulanz rein, Koffein ist die einfachste Lösung, aufs Cardio-Fahrrad erstmal ausschwitzen, danach wieder ordentlich trinken, den Wasserkreislauf wieder anregen, aber erst am nächsten Morgen, nicht am selben Tag, nicht in der Nacht. Das ist wie gesagt ein Tipp, der nicht an alle hier rausgeht. Wenn ihr das auf einem Level macht, was nicht professionell ist, wenn ihr euch nicht im Griff habt, keinen festen Ernährungsplan fahrt, nicht vernünftig trainiert, sondern einfach nur versucht mit Ernährung euer Gewicht zu reduzieren, dann ist dieser Tipp für euch gestorben. Den dürft ihr nicht machen, verbiete ich euch hiermit. Aber für alle anderen, die eben diese Sachen im Griff haben, ihren Körper gut kennen, für die ist ein Trinkstopp teilweise der absolute Game-Changer dafür, dass man am nächsten Morgen manchmal sogar noch leichter aufwacht nach dem Cheatmeal, als man normalerweise ist. Zu diesem Thema auch noch wichtig, ihr müsst dann auch am nächsten Morgen direkt wieder Salz zuführen. Selbst wenn ihr jetzt beispielsweise euer Frühstück vielleicht skippt, weil euch noch schlecht ist vom Vortag oder so, dann, das ist auch nicht die optimale Lösung, aber machen halt manche, dann auf jeden Fall trotzdem Salz rein, gerade beim Cardio und so weiter, darauf achten, dass weiterhin Mineralien reinkommen, dass genug Flüssigkeit dann wieder reinkommt. Das ist enorm wichtig, damit man einfach keine negativen gesundheitlichen Aspekte hat, denn mit einem Trinkstopp und viel Schrott essen, werdet ihr natürlich auch eure Niere vergewaltigen, was ihr nicht machen solltet. Dementsprechend wichtig, als Tipp Nummer 4, zusätzlich die richtigen Supplements nehmen, dem allen voran auch noch Kidney Plus von Bigso und von uns, definitiv empfehlenswert. Doppelte Menge tatsächlich, abends vorm Schlafen gehen, eine komplette Dosierung rein, morgens nach dem Cheatmeal eine komplette Dosierung rein, also zweimal drei Kapseln, abends drei, morgens drei und damit habt ihr euren Nieren schon mal etwas Gutes getan. Wenn ihr sie schon so vergewaltigt und einen Trinkstopp aussetzt, dann solltet ihr sie zumindest da in diesem Bereich noch pflegen. Was euch zusätzlich noch was bringen wird, sind zusätzlich so kleine Alltagstricks, sage ich mal. Am nächsten Morgen eiskalt duschen, definitiv gut. Regt den Stoffwechsel an, ihr werdet direkt wach, ihr habt Bock den Tag zu starten, weil ihr werdet euch matschig fühlen nach einem Cheatmeal. So gut geht es einem da meistens nicht, gerade wenn man sich vorher richtig gut ernährt hat und eben auch solche Hardcore-Sachen macht, wie mit dem Trinkstopp. Dann sollte man auf jeden Fall erstmal gucken, dass man wieder fit wird. Genug Cardio machen an dem Tag auch und am nächsten Morgen. Und zusätzlich, was die Supplements angeht, könnt ihr natürlich auch noch das Ganze unterstützen, indem ihr etwas benutzt, was eure Kohlenhydrate im Cheatmeal vorher geschuttelt hat, beziehungsweise danach shuttelt und auch nüchtern weiter shuttelt, weil Blutzucker ist natürlich auch wieder ein Thema, was bei einem Cheatmeal gegebenenfalls auch dafür sorgen kann, dass euer Körper eben nicht mehr so funktioniert, wie ihr es gewöhnt seid. Das heißt Invictus GDA. Ihr könnt einen Glucose-Dysposal Agent benutzen natürlich vor dem Cheatmeal, auch nach dem Cheatmeal und auch am Morgen danach vor dem Cardio, um euren Blutzucker wieder in einen Bereich zu bekommen, der schön niedrig ist. Das heißt, ihr versucht die Glucose, die in eurem Blut vorherrscht, dadurch, dass ihr so viel Schrott gegessen habt, in die Zelle zu bekommen, um sie da einfach zu verstoffwechseln, in der Muskelzelle. Und das ist halt einfach schlau, weil wenn der Blutzuckerspiegel niedriger ist, kommt ihr auch schneller in die Beta-Oxidation, sprich Fettverbrennung und seid so gesehen wieder dabei, was Vernünftiges zu verstoffwechseln und nicht nur das Cheatmeal auszugleichen. Ihr könnt also mit einem GDA auch dafür sorgen, dass eure Stoffwechsellage sich verbessert und eben auch die Nährstoffe da ankommen, wo sie sollen und ihr vielleicht am nächsten Tag auch ein etwas geileres Training habt. Dazu würde ich definitiv ein reaktives Protokoll empfehlen, dass ihr zum Beispiel sagt, wir messen unseren Blutzucker, ist er über 100, nehmen wir 2-3 Kapseln GDA, ist er über 90, nehmen wir 1-2 Kapseln GDA, ist er über 85, nehmen wir eine Kapsel GDA. Vor dem Cardio zum Beispiel morgens nüchtern am nächsten Tag und natürlich müsst ihr vor der Cheatmealzeit euren Blutzucker nicht messen, aber ihr haut euch einfach trotzdem 2 Kapseln GDA rein oder auch 3. Wie ihr die Aufnahme sogar noch weiter verbessern könnt, ihr könnt Pfefferextrakt noch benutzen, das beschleunigt tatsächlich auch nochmal ein bisschen die Verdauung und sorgt dafür, dass Nährstoffe generell besser aufgenommen werden, weil die Magenschleimhaut leicht gereizt wird, also nüchtern einfach noch Cayenne-Pfefferkapseln dazu, gibt es für einen günstigen Preis. Könnt ihr dazu kombinieren zum GDA beispielsweise, auch am nächsten Morgen noch. Wichtig dazu, dann eben genug zu trinken, vor dem Cheatmeal könnt ihr ja noch trinken und am nächsten Morgen ja auch wieder. Das heißt, da einfach die Cayenne-Kapsel rein, weil die wird euch den Magen wegbrennen, wenn ihr wenig Flüssigkeit drin habt, dementsprechend damit rechnen und viel, viel Flüssigkeit konsumieren dazu, dann funktioniert das Ganze auch. So, jetzt habt ihr die wichtigsten 4 Sachen gehört, um ein Cheatmeal einigermaßen gut zu kompensieren, ansonsten ist es wichtig, dass ihr das Ganze auch genießt. Kopfsache, ganz viel Kopfsache, wenn ihr sagt, es geht euch scheiße durch diesen Cheat, dann habt ihr vorher schon Bauchschmerzen, also genießt es mal, lasst 5 gerade sein, macht trotzdem einen schlauen Stack daraus, sodass es eurem Körper nicht komplett scheiße geht, ihr den nächsten Tag wieder ins Training gehen könnt und eben nicht auf dem Sofa versagt, denn schlechte Ernährung schlägt sich auch auf eure Psyche nieder, nicht weil ihr ein schlechtes Gewissen habt, sondern weil biochemische Prozesse auch dafür sorgen, dass euer Dopaminlevel manchmal sogar sinkt am nächsten Tag, weil ihr einfach eurem Körper mal was gebt, was er eigentlich gerne hätte, nämlich viel Fett und Zucker und den nächsten Tag ist ihm wieder entzieht, ist wie ein Alkoholiker, der mir keinen Stoff mehr oder keinen Sprit mehr gebt, nicht so gut und so reagiert ihr mit einer depressiven Stimmung, was euch weiter runterzieht, euch vielleicht dafür sorgt, dass ihr nicht ins Training geht oder euer Cardio nicht macht oder wieder da rein verfallt, weiter zu cheaten, also versucht es zu kompensieren, versucht am nächsten Tag stark zu sein und achtet auf eine Essstörung, das ist wirklich ein Thema, was im Bodybuilding weit verbreitet ist und das ist echt scheiße, deswegen solltet ihr das soweit verstanden haben, dann freut es mich auf jeden Fall, achtet immer auf euch, achtet auf eure Psyche, wenn euch das Video gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, das Glöckchen anklicken, damit ihr immer wisst, wenn ich ein neues YouTube-Video rausbringe, abonniert mich gerne auch auf Instagram, da und auch hier seht ihr meine ganzen Affiliates, wo ihr mich unterstützen könnt, also einfach unter dem Video mal schauen und dann sage ich bis zum nächsten Mal, tschüss und tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.